Also bei dieser Straußennummer aus dem Ei und dann Babyhüten, an sich muss man sagen, das braucht viel Körperbeherrschung, um das so hinzukriegen, ist echt, echt gut. Aber das hat mit Puppen nichts zu tun. Das ist keine Puppe, das ist eine Verkleidung. Und eine Verkleidung ist was anderes als eine Puppe. Da kann ja auch einer als Superman sich verkleiden oder Spider-Man oder sonst was. Das ist nicht eine Puppennummer. Aber ein Großteil der Nummern bei den Puppenstars hat ja nichts mit Puppen zu tun, aus dem ganz einfachen Grund, dass man nicht genug Nummern zusammenkriegt, um überhaupt drei Sendungen vollzukriegen. Ich meine, es gibt ja immer bloß zwei Sendungen, also Castings, und dann Finale. Also es ist erbärmlich. Und ein Großteil besteht aus Sachen, die nichts mit Puppen zu tun haben, sondern wo man irgendwie die Puppen einfach nur aufsetzt oder es als Puppe darstellt, dass es mit Puppen zu tun hat, obwohl es ja nichts mit Puppen zu tun hat. Das ist eine Verkleidung, was der da anhat. Das ist eine Verkleidung, was der da anhat.